Wer? Weiß nicht Südscher Kuddes? Nein, nein Südscher oder so? Der ist so Jeside, ich glaube Syrische Ich bin hier an Südscher nicht Ich hab das Respekt damit Ich bin 86 Ich habe diese beiden, ich bin gar nicht sicher Ich bin hier einfach dran Kur, Distan Kur, Distan Ich habe das nicht gekonnt Kur, Distan Kur, Distan Ich bin schattet sie mir noch auf sie. Die sind noch Kadetten, der ist gerade dieses Jahr 16 geworden. Aber der bekommt so Punkte, so leichtes Schläger. Mach ich so. Ja von Kadetten ist noch halb schwer. Bei uns ist das schon ein Schwergewicht. Ab 16 ist Schwergewicht. 81 bis 91 schneller. Halb schwer, ich hab 79 Kilo. 75 bis 81. Ja das ist noch dieses gerade, nicht Leipzig rausgehen, das sind die ersten Kämpfe. Das war ein Schwergewicht. Ich hab nicht mit dem, ich hab nicht mit dem. Hahahaha. Die voll mit dem Mann, ich hab nicht mit dem, ich hab nicht mit dem. Ich hab nicht mit dem Mann, ich hab nicht mit dem Mann. Habe ich bei mir im Dings die Kilo. Die A.G. trug in der Übrigenflasche mit einer anderen Fluchtung ab und die Reise weiter heute in den zweiten Kampf. Die A.G. trug in der Übrigenflasche mit einer anderen Fluchtung ab. Die A.G. trug in der Übrigenflasche mit einer anderen Fluchtung ab. Der hat kein Kost mehr ohne Schein, man sieht das. Ja, ja. 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 So, der Andi macht mich kein Ander, ich schieke ein Ander, ne? Okay, okay. Weg rein, Runde 1. Weg rein, Runde 2. Weg rein, Runde 1. Weg rein, Weg rein! Weeel, in Erachtel, in Erachtel! Erachtel! Der Chancol hat eine gewisse andereoliere Chancen. Ja, der schickt ihn einen anderen an, du sagst. Asparat. Oh, Andy, Alter. Der macht den Kopf. Der macht den Kopf. Gib ihn einfach. Ja, nein, nein. Beweg dich, Elias. Ja, gib ihn einfach, ja. Nein, ich schicke ihn einfach zu dir. Ich schreck, ob der Autor ist. Ich schicke ihn nicht mehr. Geht's, Murat? Warum kann ich dich gegen so einen Kämpfer? Raus, Elias! Raus! Arfakat! 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 Ist das gut, diese Handy, Autor? Ja, ja. Nein, ich schicke ihn einfach. Ja, ich schicke ihn einfach. Vielen Dank.